Janett, ich gratuliere auch dir ganz herzlich zum Weiterkommen bei MISS AUTO ZÜRICH WAHL. Was ist dein Bezug zu Autos? Danke vielmals. Mein Bezug darauf ist, dass mein Vater als Autolackierer arbeitet. Und dadurch habe ich schon seit klein immer etwas mit Autos zu tun gehabt. Er hat mich immer zu Messen gebracht, in Messen in Genf. Seit ich meine Autoprüfung hatte, bin ich ständig nur am Fahren. Und ich liebe es wirklich. Es ist wirklich der Hammer. Was passt denn du jetzt für ein Auto? Im Moment fahre ich das Auto meiner Mutter. Es ist ein Mercedes-Benz A-Klasse 180. In diesem Fall würde es mal super bei euch reinpassen. Ja, das stimmt. 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 Das stimmt. Vielen Dank für's Zuschauen.